Hallo, wir sind es wieder von Let's Talk Romance. Hi. Wir haben mal wieder was mitgebracht. Ja, Bücher. Von welchem Autor wohl? Von Julia London. Die haben wir persönlich getroffen, wie ihr ja in unseren Videos schon gesehen habt. Und sie hat uns Bücher geschenkt für euch. Genau. Und die wollen wir natürlich sehr gerne an euch weitergeben und verlosen. Und natürlich mit Signatur. Moment, Moment, Moment. Mit Signatur, genau. Wie viel haben wir davon? Also wir haben zweimal. Wir haben zwei signierte Exemplare und vier nicht signierte Exemplare von Homecoming Ranch, ihrem neuen Roman. Und die Gewinnspielfrage dieses Mal lautet, in welchem amerikanischen Bundesstaat spielt dieser Roman? Das sollte herauszukriegen sein. Und wie gesagt, der erste Preis sind diese beiden signierten Bücher. Und vier von Homecoming Ranch Einzelexemplare unsigniert verlosen wir auch noch. Also wir freuen uns auf eure Kommentare. Genau. Viel Glück. Viel Erfolg. Wir drücken euch die Daumen. Genau, dann machen wir die Bücher den Weg auf euch. Genau, bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. T Jobs. Ich gucke dich nicht so weit. Oh, mal lieber auf euch.